Jetzt haben wir eure Marvodest-Cent angesprochen. Mal schauen uns dazu aus, wenn es sich dauernd ist, ja, das ist nicht so weit, wenn wir uns hier ansprechen dürfen. ... und das ist nicht in der nächsten Zeit, der sich in den Marvodest-Cent und hier im Gangfest ein bisschen weiter zu tun. Hallo, Frau Est-Cent? ... wir haben das alles gemacht. ... und wir haben die ganze Zeit, die wir in den Pferden von Marvodest-Cent. ... und wir haben die ganze Zeit, die wir in den Pferden von Marvodest-Cent. ... und wir haben die Marvodest-Cent. Ich bin ganz ein wunderschön, ich bin ganz ein wunderschön. Ich bin ganz ein wunderschön. Und ich bin ganz ein wunderschön. Ich hatteψe, dass wir dann alles auf die Kabel stellen. Ich konnte nicht schreien, dass wir dann in den Kabel und in den Kabel, da war ich nämlich zum Beispiel so ein Wunderli. Das war mir Scum. Und ich habe diesen Beteiligten in den Kabel. Das hatte ich so lange nicht so Confederated. Ich bin hier doch nicht so lange. Ja, ich bin dann schon so auf eine Wunderschön. Ich habe hier noch irgendwie so eine Wunderschön weitergeführt. Ich hatte das erste Mal, weil ich war. Ich wollte es auch gerade sagen. Ich wollte es, was wirklich auf Deutsch denken kann. Ich konnte auch das, was eigentlich bei der Sitzung und die Menschen haben, die sie zu Hause waren. Ich habe gesagt, es ist eine ganz gute gute Frage. Ich wollte es auch daran. Ich wollte es auch nicht mehr so machen. Ich wollte es auch nicht mehr so machen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.